herzlich willkommen zu einer weiteren runde runde zombies auf dem gombo server während ich hier richtig schön den button am smaschen bin und spam freuen wir auf eine weitere runde zombies jetzt klappt so eigentlich ich glaube ich habe eben hier eine keine ahnung fünf minuten drauf gehen man auf die knöpfe hat jeden spieler mitgenommen jeden wenig nicht aber jetzt so kurz vom spiel klappt das natürlich das ist natürlich noch so ich bin gespannt das müsste wenn es klappt wieder die mapel creep er sein die finde ich im prinzip von allen maps am besten da hätte ich mal noch mal so erst mal schön mit allen auf die gleiche leiter gehen und das kripo hat eine mine platzieren genau so alle gehen erst mal hier oben auf das macht natürlich sinn und jetzt wird es interessant die letzten zehn sekunden und dann werden wir sehen ob wir letztendlich menschlich oder zombies sind und jetzt haltet euch rosen fest hier geht es ja schon los sie sind wir haben sofort da sie müssten eigentlich da in dem okay so komm aber scheiße den erst mal schön durchlassen haben wir gleich da kam doch ja mensch jetzt kommen sie zu dritt ich sehe gar keinen einfach erst mal schön hart spam los und da haben wir schon die erste skulls gesammelt so gibt es dann auch noch einen dort verwunder der lebt den gibt es so packen wir mal hier schön in den topf rein so weiter geht es so eigentlich könnte ich mir diese minima platzieren meistens laufen die ja da so rein da kommt auch noch eine hin kam hier schön mine für dich ach man geht noch nicht dahin haha das war meine mine kommt ich nämlich nämlich das hat darum okay wie sieht es ja nicht aus von den steps ich glaube eigentlich ich glaube es läuft gar nicht so gut alter wie viel die jetzt rein raschen scheiße das sieht gar nicht aus dass sie gar nicht sieben villager scheiße alter jetzt aber jetzt ab geht es einfach scheiße der ist ja schon mist dahin meiner hier wurde die bürde bürde pass mal drauf habe ich erstmal dies kalt hier ein alter das ist mich denn es ist ja voll mit beiden war schon schon z不起 eben sehr peinlich gewesen okay ich sehe mir gut außer 80 guten noch erst mehr die dinge halt mal wie viel scheiße hier auf dem boden ist doch mal was machst du auf sie dich doch vom aussagen los jetzt mal die miene machen also ich bin zombie so die brauchen noch drei skals und wir noch drei villager ja zwei villager noch kaum schauen ein villager ja das würde dann sieht es auch nicht mehr dann sag ich jetzt erst mal auf wiedersehen tschüss macht's gut